Herkömmliche Durchsatzregler von Mähdreschern reagieren erst auf Änderungen der Erntegutbeschaffenheiten, wenn sich das Material bereits in der Maschine befindet. Sich extrem ändernde Erntebedingungen wirken sich dann in drastisch veränderten Fahrgeschwindigkeiten aus. Die vorausschauende Durchsatzregelung erkennt die Bestandssituation vor dem Mähdrescher mit speziellen 3D-Stereokameras, gleicht sie mit zusätzlichen georeferenzierten Vegetationsdaten ab und passt die Fahrgeschwindigkeit ebenso wie die anderen Einstellungen automatisch an die aktuelle Erntesituation an. Für diese entscheidende Weiterentwicklung bei der Automatisierung der Druschfruchternte wurde John Deere mit dem Innovation Award Ackeltechnica 2019 in Silber ausgezeichnet. Untertitelung des ZDF, 2020